Mein Name ist Martin Scheich, ich bin Geschäftsführer und Archäologe in der Actron 3D GmbH. Die Actron 3D GmbH ist eine Firma, die sich auf luftgestützte, terrestrische und hochauflösende 3D-Vermessung vor allen Dingen in der Archäologie und Denkmalpflege spezialisiert hat. Die Zielgruppe sind in erster Linie natürlich jetzt Archäologen und Denkmalpfleger als unser Kerngebiet, aber darüber hinaus auch für Industrie und andere Architekten, Ingenieure, die im Bereich 3D dokumentieren wollen. Die Software, die wir entwickeln, ist die Software Aspect 3D, ein 3D-GIS-System mit fotogrammetrischen Funktionen, mit Schnittstellen zu Laserscannern und anderen Scanninggeräten, sodass sie hier eine Komplettlösung haben, um auch aus einer Reihe von Bildern schnell und effizient 3D-Modelle zu erzeugen. Die Drohnen sind made in Germany in CFK-Technologie, sehr leicht, sehr effizient, sehr leicht zu bedienen. Auch in der Kopplung mit der Software können aus den geschossenen Luftbildern sehr schnell 3D-Modelle produziert werden.